Das ist der Mikro ja schon. Schönen Tag ist der Haustag, Arne Havanschi, Rieke Schönen. Da hat er halt Luft getrunken. Das ist jetzt Mike nicht gelassen. Arne ist ein bisschen besser und ein bisschen jünger. Arne ist der Lurschäle? Lurschäle? Arne, Arne, Arne! Arne! Da haben wir noch das F-Mod, oder? Arne aufgibt, Rieke Schönen. Ja, das ist ja auch ein bisschen, oder? Aufstieg! Arne aufstieg, oder? Ja, okay. Was haben wir ja für Hufstädte? Ja, aber sie sind ja. Aber halvstieg war gar nicht weg, oder? Oh ja, du fandet mich nur überrascht. Inde singe? Inde singe? Aufstieg, aufstieg! Aber ich habe Dabber, oder? Ja. Hæ? Ja, aber ich habe Dabber, oder? Tutterdal, oder? Ja, Tutterdal haben wir praktisch. Kan deritbund, oder? Der fä JONI entrer? Ja, ger du eine Ho-bunde? Das ist in Freiburg. In Freiburg. Wir fangen an alle nach oben. Du fälliger wenn man nicht vergangen, oder? Ja, allerdingsheimer,aji! Das war nicht so. Da wollen wir die beiden. Die beiden, die sind weiter. Die beiden, die sind weiter. Die 24-Jährige. Die 4-Jährige. Kommt der Schwinge. Kommt der Schwinge. Kommt der Schwinge. Aufziehen. Aufziehen und unten hochkommen. Nur von unten hochkommen. Nur stellen, komm, stellen. Stellen, komm. Halt. Handgelenk blau. Handgelenk blau. Handgelenk blau. Und Hals. Handgelenk blau. Halt. 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 Ja, das sind 25 Kilo Unterschied, sind höchst. Blau passiv! Ja, außerhalb. Ja, da haben wir noch keine Luft mehr durch die Fluss, der besteht. Das ist nicht der Grund. Das war's, das war's, das war's, das war's.